Nathalies beste Freundin Lea ist eigenartigerweise zu einem Arbeitskollegen nach Hause eingeladen worden, um bei ihm über ein Projekt zu sprechen. Doch die Werbekauffrau bittet Nathalie plötzlich darum, sie unter einem Vorwand von dort wegzulocken. Und ihre Nachricht klingt panisch. Oh, Lea, Lea, hier, 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 hier! Nathalie! Jetzt ist dir gut, jetzt ist dir gut! Was ist los? Was ist los? Mein Arm! Oh mein Gott, warte, ich rufe sofort einen Krampf an. Oh mein Gott, oh mein Gott, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Nathalie wählt den Notruf. Sie weiß von ihrer besten Freundin, dass diese ihren Arbeitskollegen René nicht sonderlich mag. Aber heute bekam das Treffen einen sehr merkwürdigen Beigeschmack. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat Risotto gemacht, so mit Champignons und ich soll die ganze Zeit das schmecken und der hat mir immer die Gabel vors Gesicht gehalten. Aber das roch so erbärmlich, es war so fürchterlich. Und dann habe ich ein paar Happen aus reiner Höflichkeit, aber es war so scheußlich. Und dann? Das war so eklig. Ja, ja, dann wollte ich nur noch weg, weil eigentlich sollten doch die Kollegen kommen. Ey, ich hatte schon so das Gefühl, deswegen bin ich extra hergekommen. Oh mein Gott, lass dich in den Arm nehmen. Ja, die Kollegen sollten eigentlich kommen, aber das war einfach nur irgendeine Masche, keine Ahnung. Oh, warte, 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 warte. Ey, nein, bleib hier. Ich hab den Schirm, ich sag's dir. Ich hab aber überhaupt nichts gemacht. Ich komm gerade aus dem Keller und sie ist plötzlich weg. Wie verängstigt sie ist. Merkst du das nicht? Ich hab ihr nichts getan. Ich hab ihr nichts getan. Komm, wir gehen ein bisschen weg von ihm. Lea. Nein, komm nicht näher. Lea, was ist denn passiert? Lea, was ist denn passiert? Sie sind einfach in Ruhe. Ich hab nichts gemacht, ich war gerade gar nicht da. Sie blutet. Sie blutet. Ich kam gerade von unten. Ach genau, von unten. Jetzt hast du ja unten gemacht. Wolltest du noch mehr zu Hause kommen? Nein, wir waren nur nett am Essen und dann kam ich plötzlich aufs Keller und sie verschieben. Deswegen hat sie auch so Angst vor dir, ne? Ich habe nichts gemacht. Du kommst immer näher. Ich sollte immer das Risotto essen. Bleib weg, hab ich gesagt. Okay, das kam mir jetzt mega komisch vor. Warum wollte bitte René, dass Lea von seinem Essen isst? Da kann ja nur was komisch sein. Jetzt mal ohne Spaß. Danke, dass Sie gekommen sind. Nein, geht weg. Das ist hier einmal meine beste Freundin Lea. Was ist passiert? Und zwar hat sie mir gerade erzählt, dass sie bei ihm essen war. Das ist ihr Kollege. Die kennen sich eigentlich aus der Arbeit und so. Genau. Und dann hat er irgendwie Essen gemacht, so ein Pilzrisotto. Und auf einmal ging es ihr richtig komisch. Sie hatte richtig Angst. Und er hat ihr immer das Essen unter die Nase gehalten. So bedrängt quasi, dass sie das essen soll. Und dann ist sie natürlich schneller abgehauen und jetzt habe ich sie so gefunden. Darf ich einmal gucken? Ja, und mein Gesicht. Ja, ich darf einmal gucken. Einmal. Eine Sekunde. Ja, ich will nur gucken. Okay, wo haben Sie noch Verletzungen? Hier. Einsätze mit häuslicher Gewalt oder Übergriffe gegen Frauen nehmen leider zu. Wir werden häufiger zu sowas gerufen. In der Regel sind wir froh, wenn die Polizei da ist. Wenn die noch nicht da ist und wir zuerst da sind, ist Vorsicht angesagt. Man weiß nie, wie die Leute reagieren. Auf den Kopf gefallen? Nein, ich bin da ausgerutscht. Auf der Terrasse. Hat er Sie angegangen? Ich habe Sie nicht angefasst. Er kam mir immer näher. Ich war gar nicht da. Sie haben gerade mal Sendepause. Du hast ja echt gar nichts, du Kamel. Okay, pass auf. Jetzt rede ich. Ist er Sie angegangen oder nicht? Er kam mir. Er war sehr aufdringlich. Okay. Können Sie den Arm bewegen? Ja. Sie hatte Schürfwunden am Ellbogen, im Gesicht. Sie wirkte sehr blass und hatte generell diese Anzeichen eines Unwohlseins. Sie war komisch. Wir machen ein Projekt zusammen. Ich bin die Leiterin. Welches Projekt? Wer wohnt jetzt hier? Wohnt Sie hier? Wohnt er hier? Er, René wohnt hier. Also haben Sie sich hier getroffen, um das Projekt anzusprechen? Und eigentlich sollten Kollegen kommen und die kamen nicht. Und das ist sehr merkwürdig. Wir wollten eigentlich zusammenarbeiten. Dann kamen sie nicht. Und dann kamen wir immer näher. Das ist richtig aufdringlich. Und dann wollte er Wein holen. Und dann bin ich geflüchtet und bin dann auf der Terrasse ausgerutscht. Okay. Ein bisschen schnell und sind sie unterwegs. Wir nehmen sie mit erstmal in RTV. Ja, ich hör zu. Ja, bitte. Ganz gut ist Ihnen ja noch nicht, ne? Also Fremdverschulden können wir nicht ausschulden. Ich nehm sie einmal mit. Ja, vor allem hört sich das ja schon nach Belästigung an. Also wir nehmen sie einmal mit in RTV. Dann machen wir Vitalzeichen, weil sie ist ein bisschen wackelig auf der Beine. Nein, ich stelle Köln 1NF 1. So, dann. Folgen Sie mir einmal unaufällig. Hast du in dem Blick? Ich benötige hier einmal die Polizei in der Einsatzstelle. Dann packen wir sie. Was ist los? Was ist los? Oh je. Komm raus. Einfach raus. Einfach raus. Okay? Mach mal hinten auf. Nichts. Okay. Ne? Oh, das ist scheiß Resorto. Ja, was keine Miete zahlt, muss raus. Wollen Sie sich einen Moment hier hinsetzen? Ja, bitte. Komm, jetzt lassen Sie einmal kurz Platz. Danke. Irgendwas? Ja, hat Sie einmal quer durch den Kopf fallen lassen. Oh. Irgendwas gegessen, getrunken, was Sie nicht vertragen haben? Ja, das scheiß Pilz-Resorto vom René. Ach, haben Sie das doch gegessen? Ja, zwei, drei Happen. Eine Pilzvergiftung darf man auch nicht unterschätzen. Die kann halt leichte Symptome wie Übelkeit erbrechen haben. Aber es kann auch viel, viel schlimmer werden. Mit Magenkrämpfen, mit Schweißausbrüchen und sonstigen Sachen. Mit Komplett-Erbrechen im schlimmsten Fall. Und auch das haben wir schon erlebt leider, dass es zu Todesfällen kommt. Okay. Hat er die Pilze selbst gesammelt? Nicht, dass wir da hier giftige Pilze haben. Wie waren das für Pilze? Keine Ahnung. Was ein Scheiß-Klarm. Gucken Sie mich einmal an. Hi. Würden Sie gerne einmal da mit reinnehmen? Dann kriegen Sie zu mal was gegen Übelkeit. Ich hab wirklich kein Essen gemacht. Gar nichts. Ich war, wie gesagt, ich war kurz im Keller gewesen. Ich wollte nur was zu trinken holen. Und auf einmal war sie weg gewesen. Olli, das sollen normale Pilze gewesen sein. Ja, aber selbst gesammelt oder Dose? Dose. Dose oder selber? Dose aus dem Supermarkt gekauft. Okay, alles klar. Dann wird es kein Geld. Lassen wir trotzdem mal zeigen. Hallo. Hi. Wir sind gerufen worden. Eigentlich wegen Sturzgeschehen bei der Dame. Hat sich dann aber rausgestellt, dass die Dame geflüchtet ist vor diesem Herren. Weil sie sich bedrängt gefühlt hat. Ja. Und dann ist es irgendwie zu einer Handlung im Haus gekommen, dass er sie bedrängt hat. Sie sollte da was essen. Moment. Er kommt einfach nicht darauf klar, dass er die Projektleitung nicht bekommen hat. Und hat deswegen wahrscheinlich was ins Essen gemischt. Zu 100 Prozent. Warum kommen wir gleich hin? Ja genau, du Matratzenkönig. Brauchst die gar nicht weiter. Sie ist dann vor Ihnen geflüchtet. Sie kommt über die Terrasse raus. Ist dann wohl ausgerutscht. Sie hat sich am Arm verletzt. Ein bisschen am Kinn. Und jetzt gerade hat sie sich übergeben. Und ich wollte halt gerade von ihm wissen, was da um ein Pilzgericht geht. Was er ihr aufgedrängt hat. Sie sagte die ganze Zeit, er hätte es aufgedrängt. Irgendwie unter die Nase gehalten. Sie sollte Essen dran riechen oder sonst irgendwas. Die Spezialisten vermuten, dass der Werbekaufmann etwas ins Essen gemischt haben könnte, um Lea zu betäuben. Eine dazukommende Kollegin der Patientin wusste von dem Treffen und wollte Lea davon abraten. Sie hält René für ziemlich abgebrüht und berichtet interessante Details. Kann ich euch mal eben kurz einmal. Entschuldigung. Das ist eine Arbeitskollegin von der Patientin. Sie war jetzt hierhin gekommen und wollte sie warnen. Ich habe aber noch nicht mehr gefragt. Ja, mein Freund hat mich angerufen und hat gemeint, dass hier der René anscheinend sie hierhin gelockt hat. Und ich wollte, ich wollte sie halt warnen, dass er nur einen neuen Strich auf seiner Abschleppliste machen will mit ihr. Das deckt sich ja mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich wollte gerade sagen, also hast du wirklich ihr Essen? Nein! Du hast hier wirklich was ins Essen gemischt? Ich habe gar nichts ins Essen gemischt. Ja genau. Was ist das für eine Racheaktion von dir? Das ist... Ja. Verführen wollen. René Günzel. Herr Günzel. Fakt ist doch, dass jetzt hier zwei unabhängige Personen hier stehen und behaupten, sie hätten dieses Mädel unter welchen Vorwänden auch immer in die Wohnung gelockt. Aber ganz ehrlich, woher weiß ich Freund das denn? Ja, mein Freund arbeitet mit uns in der Firma und er kennt ihn halt. Achso, Sie arbeiten alle in der Firma. Und er hat ihm das gesagt. Das sind einfach nur Gerüchte, mehr ist das nicht. Ja, als Orschte, das ist die Wahrheit. Ich habe nichts gemacht. Gib's doch einfach zu. Also im Zeitalter von Liquid, Ecstasy und K.O.-Tropfen sind wir bei solchen Geschichten, was Pilze und sowas angeht, sehr hellhörig. Das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Aber was im Laufe des ganzen Verfahrens noch da zutage kam, das sollte noch sehr kurios werden. Was ist denn hier los, ey? Wieso kommen Millionen Leute hier hin? Sag mal. Guten Tag. Hören Sie auch noch hier zu? Spinnst du eigentlich? Was hast du mir da, wenn mir das gegeben ist? Einmal zurück. Ja, ganz ruhig. Großveranstaltung. Was ist denn los? Ja, tu jetzt nicht so, als wenn du von nichts wüsstest. Ich weiß von nichts. Erster Jährige. Achso, Sie haben gar nichts damit jetzt zu tun? Nee. Was wollen Sie jetzt hier? Komm. Ja, wegen dir ist doch der ganze Scheiß jetzt hier. Guck mal, was hier los ist. Ich krieg jetzt hier einen angedreht. Hier liegt ein Mädchen im Krankenwagen. Der geht's nicht gut. Der hat irgendwas gegessen, was ihn nicht vertragen hat. Die zwei Damen beschuldigen ihn, dass er das mit Absicht gemacht hat, um sie in die Kiste zu kriegen. Ja, wir beide haben da ihren Patienten nicht zu tun. Gar nichts. Das ist ja auch kein Mist. Ich hab die Scheiß noch von dir bekommen. Nee, das ist nicht mein Freund. Was heißt das? Sie haben von ihr was bekommen. Er hat mir Pilze verkauft. Er hat mir ein Video gezeigt, wie seine Freundin an diesem Pilz geschnüffelt hat. So, und ja, sie ist halt voll drauf abgegangen. Und dementsprechend hab ich ihm halb ein Stück für 300 Euro abgekauft. So. Moment, kurz mal einklinken. Jetzt wird's interessant wieder. Jetzt wird's für mich interessant. Ja. Was für Pilze und was heißt drauf abgegangen? Ja, er hat mir halt ein Video gezeigt, wie seine Freundin halt ein Orgasmus da durchbekommen hat. Durch die Pilze. Richtig, genau. Hat der das Video noch? Ich hab das Video noch. Sie haben das Video? Ja, wunderbar. Kann ich Ihnen zeigen? Einen Moment. Zeigen Sie uns das mal bitte. Aber bevor er heißt, es stimmt nicht. Aber besser kommst du mal dazu. Ich denke mal. So, hier, bitteschön. So, Schatz, dann riech mal an den Pilzen. Und spürst du schon was? Ja. Echt so gut? Oh mein Gott, ja. Oh! Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Ich... Wow! So, und er fährt auch die ganze Zeit damit durch die Gegend. Ich hab ihn angerufen, dass ich Nachschub brauche. Und dementsprechend sind die halt auch hier. Mhm. Was sollen das für Pilze sein? Also, Pilze sind prinzipiell ein sehr leckeres Gericht. Man muss halt nur aufpassen, wenn man sie selber pflückt. Sie können auch sehr toxisch sein. Sie können negativ toxisch sein. Dass sie wirklich Vergiftungen hervorrufen. Sie können aber auch hallucinogen wirken. Dass man wirklich Wahnvorstellungen hat. Dass jemand an Pilze lutscht und Ratten-Dull wird, soll's geben. Ich persönlich hab's noch nie erlebt. Ich kenn auch keinen, der das erlebt hat. Also, Aphrodisiakum gibt es. Gar keine Frage. Aber bei Pilzen wär ich sehr vorsichtig. Ich möchte gerne wissen, was aus den Pilzen sind. Erzähl doch mal, was du mir hast. Ja. Sind da vielleicht welche drin? Was haben Sie denn da? Nee, das ist mein Schminkzeug. Darf ich's mal bitte sehen? Ich wollte. Darf ich's mal bitte sehen? Ich nehm's mir sonst. Halt meine Schminke. Ja, ja, das macht nichts. Ich mag Schminke. Zeigen Sie mir mal bitte. Ja, genau. Mhm. Und Schminke. Schminke. Und riechen. Halt mal Abstand. Das wollen wir mal nicht. Nicht im Dienst, ne? Damit kannst du nicht mal schminken. Will ich sehen. So, das Zeug bleibt erstmal bei uns. Ja, und ne Probe für uns. Ja, kann ich. Hände ich auch. Er hat zu mir gesagt, das wären hawaiianische Pilze, die halt Frauen scharf machen. Ja. Das war seine Aussage. Hawaiianische Pilze. Richtig, genau. Das hat er mir gesagt. Deswegen auch verführen, ne? Na ja, gut, da hatten Sie ja anscheinend doch recht mit Ihrer Vermutung, ne? War ja auch klar. Dann geht's ja hier nicht um die Arbeit, sondern doch ein bisschen Bock auf was anderes. Ich hab hier aber definitiv nichts körperliches angetan. Das würde ich niemals machen. Und es ging mir nicht nur rein um das Sexuelle. Ganz ehrlich, die Dame ist geflüchtet vor Ihnen. So ganz unschuldig scheinen Sie ja nicht zu sein. Ich weiß nicht, warum Sie weggelaufen sind. Ich habe Sie wirklich nicht angepasst. Ja, weil sie Schiss hatte. Warum rennt eine Frau weg? Kriegt irgendwas vor der Nase gehalten, ihr wird komisch und die haut ab. Ich find das ist ne Belästigung. Aber das ist euer Part. Direkt unter die Nase gehalten. Ja, was denn? Warum kotzen die durch die Gegend? Was ist das überhaupt für eine Masche, das unter die Nase zu halten? Und was ist das für ein Humbug? Da hab ich noch nie was von gehört. Das ist doch Verarsche, oder nicht? Bringt aber Geld. Ich hab da natürlich mal nachgehakt, was das alles hier so sollte. Weil das war Schauspielkunst hoch drei. Damit kann man schon einen Oscar gewinnen, definitiv. Aber die haben halt steif und fest behauptet, das sind hawaiianische Orgasmuspilze. Wenn man da dran riecht, gerade Frauen, dann soll's da schon ordentlich zur Sache gehen. So, wir testen es mal an unsere Kollegin. Riech mal dran. Wirst du geil? Gut, klappt nicht. Das sollen hawaiianische Pülze sein, die Frauen orgasmusfördernd sein sollen. Und wann kommt der? Da gab's ein Video von der Dame, die da draußen war. Die hat da dreimal dran gerochen. Mach das zu! Die funktioniert aber auch nur, wenn ein geiles Strang DNA gegenüber ist, oder? Totaler Humbug. Der hat auf jeden Fall damit gekocht. Ne, wir nehmen's mit, weil das hat sie gegessen. Die junge Dame wird kreislaufstabil behandelt. Sie kriegt Flüssigkeit, noch mal was gegen Übelkeit. Im schlimmsten Fall macht man ne Darmspiegelung. Aber erst mal in der Klinik wird ein Screening gemacht. Die kriegt Blut abgenommen und symptomatisch behandelt. Wenn ich jemanden mag, ja, dann versuch ich's auf dem normalen Weg nicht mit so'n Quatsch. Ich hab alles versucht. Das war das Problem. Dann sollte man das vielleicht einfach mal akzeptieren und sagen, die Frau will nix von mir. Die mag mich nicht. Ja, ich hab's jetzt verstanden. Ist so im Leben. Manchmal klappt's nicht so, wie es klappen soll. Wenn der Bezirksbefruchter in der Firma ist, hat man so schlechte Karten, ne? Ja. Der Pilzverkäufer und seine Freundin wurden wegen Betrugs angezeigt, weil sie handelsübliche Pilze als angebliches Super-Aphrodisiakum teuer verkauften. Aber auch für Werbekaufmann René hatte der Vorfall Folgen. Er wurde aus dem Projekt ausgeschlossen und suchte sich daraufhin eine neue Anstellung. Eine große Erleichterung für Lea. Sie hatte sich nur übergeben, weil ihr die Aufregung auf den Magen schlug. Dann können wir wissen, dass der Puder ist. Untertitelung des ZDF, 2020